Kuckuck, da ist er wieder zurück, der Juta Alvi. Ja, wer sich fragt, was ist da eigentlich drüben? Der gute Pat bei Instagram oder Twitter, könnt ihr auch gerne folgen. Der junge Mann ist sonst mein Co-Caster, da sind wir zu zweit unterwegs. Mein Play-by-Play-Color-Caster, in Anführungszeichen. Und der ist aber die ganze Zeit krank, beziehungsweise halt noch husten, deswegen ist er da erstmal raus. Und ich hab die ganze Zeit ja gekoffert, ist ja schon gecovert, ja, gekoffert. Koffer, grüße genau, sein Cover. Aber, ähm, ist ja mittlerweile schon, lass mich lügen, der achte Tag hintereinander, wo wir hier Open Qualifier durchmarschieren und durchcasten, bringt auch mal stief Bock. Heute ist meine Stimme wieder echt gut dabei. Ich scheine meine Stimmbänder trainiert zu haben langsam, die werden immer stärker. Ja, also, ich hoffe, ich hab Bock drauf. Es ist Overpass. Das allererste Mal, dass wir Overpass und Zero Simulation sehen. Da bin ich sehr gespannt, äh, gegen den Gegner hier. Äh, wenn wir Glück haben, was man öfters mal so hatte, dass man jetzt einen starken Gegner hatte. In dem Fall war es ja Cybershock relativ stark. Äh, und jetzt vielleicht mit Bluelock, was ein Mix-Team ist, was auf jeden Fall, wer sich mit Animes auskennt, ähm... Oh, Peter. Äh, 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 da hat meine Frau direkt zugeschlagen. Auf jeden Fall... Ja, wo war ich jetzt? Jetzt bin ich auch so ein Konzept dran. Warum lese ich auch den Chat, ich Idiot, Alter? Warum lese ich auch den Chat? Ich dachte mir schon, was ist jetzt noch passiert? Ja, auf jeden Fall, Overpass ist es. Da bin ich sehr gespannt. Und, genau, man hat manchmal dann auch mal, anstatt einen schweren Gegner, wieder einen leichteren. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was ich, was Bluelock zeigen kann. Wer sich mit Animes auskennt, natürlich, der Name verrät natürlich brutale, äh, crazy Fußball-Action, wenn der ein oder andere Anime-Fan und solche ist. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach auf den Server jetzt schon mal rein und rauf, denn die Jungs sind eigentlich schon komplett. Sie sind komplett. Und da bin ich sehr gespannt, wie es jetzt hier gleich losgeht. Ich komme mich schon mal ein bisschen leiser, man kennt ihn, damit es nicht überstört oder so, wenn ich ausrasten kann. Also, ich hoffe, ihr seid ready im Chat. Ihr könnt rein spammen mit dem Logo, habt massiv Bock. Und dann gucken wir gleich, was die hier performen. Ich hoffe natürlich, dass es jederzeit, jede Sekunde losgeht. Und dann wird eskaliert. Und dann wird es. Okay. 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 Ja, ich hoffe jetzt langsam geht es langsam los hier. Ich dachte schon, die sind ein bisschen weiter und wir können die sofort durchstarten, aber irgendwie scheint es jetzt hier gerade ein bisschen zu dauern. Also gebt mal ein bisschen Gas, meine Lieben. Die Pause sollte ich ja mal rausnehmen bei meiner Aufnahme, ganz klasse. Ein Pistol-Round ging nicht an uns, leider. Aber ist nicht so schlimm. Jetzt haben wir reingeforced. Wir haben eine Hero M4 bei JDC. Ein P9-Scout-Deagle und eine 5-7. Die Terror ist weiterhin super langsam unterwegs, bauen sich hier langsam auf, Step-by-Step wird alles gecheckt. Man vermutet natürlich ganz klar die Force. Halbfinale spielen oder ich weiß nicht genau, wie es abläuft. Ja doch, muss ja so sein. Die beiden Finalisten ist ja dann top. Acht. Top 4. Du weißt ja auch mal, du hast recht. So, jetzt geht's rauf hier. Überlang. Vladanchi close. Vladanchi kann nichts machen. Todesplint die ganze Zeit. Anschussversuch nochmal. Blockt man sich gegenseitig so ein bisschen. Jetzt ist JDC da. Wichtige Fracks von John. Wo lebt er noch? JDC verbrennt leider. Trotzdem. Syrso und Bird from Sky probieren nochmal was zu hustlen. Syrso mit dem Shot. Nochmal Anschuss ins Bein. Syrso mit dem nächsten Frack. Oh mein Gott. Die Kombination. Der Schade wird gemacht. Noch ein Anschuss von Syrso. Syrso versucht das USB machen. Kann Fracks vielleicht ziehen. Jetzt ist die Zeit vorbei. Ganz starke Runde. Und Bird sucht hier noch den letzten Mann. Findet ihr nicht. Aber das ist 1-1. Was für ein starker Holt hier von Bird. JDC und Syrso. Die Knieschüsse von Bird waren immer super clean. Damit konnte Syrso dann einfach mal die Shots machen. Und die Fracks ziehen. Stark. Ganz stark hier. In dem Moment. Wir kaufen wieder rein. Der Gegner schlechtere Waffen. Wichtig jetzt hier natürlich für uns. So wieder zurück ins Spiel zu kommen. Nach dieser doch. Wahrscheinlich aus ihrer Sicht. Nicht so geilen. Pistol Round. Wie man sie sonst kennt. Der war ja in Kombination. Bird hat immer. Schaden gemacht. Damit der Scout Schuss. Genug. Damit der Scout Schuss. Immer den Gegner weg macht. Da muss man sagen. Es war eine Kombination. Ein Zauberspiel von beiden zusammen. Deswegen Bird immer. Der hat immer so ein krasses. Ich weiß nicht. Der denkt immer alles nach. Der weiß genau wie er seinen Spieler highlightet. Oder dass der den Frack ziehen kann. Wunderbar. Das weiß wahrscheinlich auch jeder CS Spieler. Bloß halt der andere kriegt dann den Frack nicht. Oder den Shot. Und hier kann man sich drauf verlassen. Dass Syrso dann trifft. Und das ist natürlich immer. Immer wieder nice zu sehen. Oh schöner Boost. Da dann. Schieß doch mal den nächsten an. Guter Damage. So. Overall jetzt hier gegen die Tees. Man weiß aber es ist nur eine jetzt hier vom Baseball. Also es ist nicht wirklich viel los. Aber trotzdem Rotation. Von Zero Zero Nation Richtung B. Und der offensive Player jetzt hier vom Fescher. Der jetzt natürlich vielleicht was machen kann. Ähm. Da gibt es die Flash rein. Fescher versteckt sich noch. Sieht den ersten. Wird aber einfach komplett hops genommen. Jetzt ist Syrsohn alleine. Jetzt gibt es nochmal eine Granate rein. Rocky holt sich auch noch Bird. Und Syrsohn holt sich den ersten. Syrsohn. Die sind alle ganz low. Syrsohn versucht es. Jetzt. Der Anschluss ist da. Noch ein Anschluss. Jetzt sind sie ganz super low. Oh mein Gott sind sie low. JDC kann sich freuen. Jetzt darf Erdifrags ziehen. Aber man will weiter bei 20 Sekunden auf die Uhr Richtung A spielen. Muss man auch. Bladan kriegt die Schelle des Todes. Syrsohn noch einen. Syrsohn no scope. Wie stark von Syrsohn. JDC ist gleich da. 8 Sekunden auf die Uhr. Er muss planten. Syrso verschießt. Aber er weiß halt nicht genau ob er getroffen hat oder nicht. Wie viel Damage wurde gemacht. Syrsohn piekt. Da kriegt er die Schelle rein. Das war's. Wichtig gespielt. JDC. Versucht noch was zu machen. Den Schuss zu setzen. Schade. 18 AP überlebt er irgendwie. Aber ist egal. 2 zu 1. Die Jungs kriegen die nächste Runde. Trotzdem kommt man noch nicht so ganz ins Geld. Jetzt ist es natürlich ein... Jetzt wäre eine schöne Runde gewesen. Hätte man jetzt hier Geld aufbauen können. Aber der Schaden, die die Tees gemacht haben, war auch gut. Dadurch hat man jetzt eine Full Echo. Eine Hero Deagle. Und kann dann gegen die Runde, wenn man jetzt hier verliert von den CTs, nicht so viel aufbauen. Also man kann nicht so viel Money aufbauen bei den CTs. Weil sie müssen ja komplett reinkaufen. Ich bin gespannt, wie sie es hier spielen. Vielleicht spielen sie die Hero M4 und selber nur in Half-Buy. Weil sie selber keine MP9s mehr haben wollen. In Runde 3. Aber es ist halt super kompliziert. Ich weiß nicht, wie sie es jetzt ausspielen. Was sie jetzt genau planen. Manchmal sind die schon... Könnt ihr mir vorstellen, dass Bird so ein Call bringt. Äh, herum. Ja genau. Für Sealing ist kein Problem. Das machen die nochmal. Aber ja. Erstmal dann halt in die Finals kommen. Also müssen wir komplett durchhusteln. Wir sind jetzt in den Break... Äh... Round of... 32. Mit... Round of 16. Also Top 16 kommen wir dann auch auf HLTV. Und dann können wir Gas geben. Aber dann sind es immer noch... Äh... Mindestens zwei Spiele. Weil das Best of 3 ist ja dann erst richtig weit vorne. Also es dauert ja ultra lange noch. Round of 4. Dann haben wir das... Bei Round of 4 haben wir das Top 32. Dann haben wir... Ne, dann haben wir die alten Top 16. Ne? Oder? Ich glaube ja. Bin ich jetzt richtig oder falsch? Ich weiß nicht doch. Ich glaub schon. Round of 4 sind die besten 4 Teams. 2 Halbfinales. Und die Sieger kommen dann rein. Also Daumen drücken. Gas geben. Es wird heute noch ein langer Abend. Wird crazy. Oh, so, so. Man muss aufpassen. Jetzt hat er keinen Scout mehr. Die Magie ist weg, wie gekallt wurde. Man versucht sie zu pushen. Aber nicht mit ihm. Geht natürlich zurück. Braucht seine Mates. Geht wieder nach vorne. Hat natürlich jetzt hier Infos ohne Ende. Und jetzt wird er weggepusht. Weggedrückt. Dafür auf der anderen Seite Bird schon da. Kann hier wieder Gas geben. Supportflash. Aber man kann sich gut verstecken. Nächstes Morgen kommst du erstmal nicht mehr durch. Ganz schwierig hier für die Tees. Kleiner Banging Bird. Aber overall. Ich weiß nicht, ob man nochmal überhaupt in die Richtung Plant kommt. Aus Sicht der Tees. Oh, da muss man aufpassen. Wenn man jetzt hier natürlich noch alles verliert. Wäre natürlich ganz kritisch. Der letzte Spieler fällt dann auch. Färscher regelt. 3-1. Und nun gibt es hier Waffen bei den Terrors. Ich denke, die Waffenrunde ist etwas stärker als unsere. Aber der Call hier für Suzon. Mach mal lieber eine Low Weapon. Versuch Geld zu farmen. Der kauft sich hier seine AWP mit Rüstung. Einer einzigen Flash. Und jetzt kann er mit seinem langen Rohr hier die Haubitze sein für sein Team. Also, bin sehr gespannt. Wie er jetzt hier wegschießt. Offensiver Play. Solche Schüsse macht er doch easy, oder? Zum Anti-Flash gestellt. Guter Play natürlich erstmal. Aber er sieht halt niemanden. Schade. Schade, schade. Färscher hier. Für den Collector nach unten. Hat einen schönen Boost gespielt. JD ist hier mit dem Frack. Mit Bird from Sky. Natürlich ein super Call. Smoke am Monster liegt auch. Also die Kontrolle für die Tees ist da. Und auch erstmal der kleine Vorteil. Oh, Vladan. Aufpassen. Boah. Gefährlich. Sehr weit offener Sprung. Ob das so geplant war. Jetzt gibt's nochmal die Smoke von der Mate. Aber die Granate nimmt ihn raus. Das ist natürlich bitter. Vladan rausgenommen. Vier gegen vier. Und die Tees rotieren zurück. Die Bombe anscheinend auch schon. Sison. Was macht Sison? Der arbeitet sich hier langsam vor. Der geht hier weiter nach vorne. Und könnte jetzt hier gleich die Connector abdecken. So sieht's aus. Er braucht aber noch einen zweiten Mann. Jetzt wird's kritisch jetzt schwierig. Wenn er jetzt falsch erwischt wird. Einfach so auf Kanter auf Stütz erzielen. Das ist nicht so eine Sache. Aber er hat eine bittere Position. Er braucht jetzt auf jeden Fall den Mate. Fescher. Komm bitte Sison helfen. Weil die Position für ihn ist halt komplett eklig. Äh. Wenn einer von. Genau. Von lang kommt. Hat er ein Problem. Deswegen glaube ich jetzt auch hier bei 30 Sekunden geht er lang checken. Und dann geht er auf den A-Spot. Und versucht halt wegzudrücken. Ja. Ah. Da geht nochmal hin. Okay. Jetzt weiß er. Da kommt keiner. Also geht er hin. Ach. Der so frech. So stark gemacht. Ah. Das Timing. Vier gegen drei. Vorteil für die Tees. Jetzt kommt man auf den Spot langsam rauf. Will man planten. Natürlich. Die Molo kommt. Zwercher wird aufgehalten. Noch eine Flash. Er hat den Spiller gesehen. Aber ich glaube die haben ihn nicht gesehen. Schöner Frack von ihm. Fescher mit dem Double. Und das in so einer Situation. Ganz bitter für die Tees. JDC ist da. Fescher. Granate gegen den Terrorspieler. Die geht natürlich gut rein. Ah. Okay. Doch. Nicht nur 1 HP. Aber egal. Jetzt weiß man nicht wo die anderen Spieler sind. Von hinten muss jetzt Bird kommen. Der muss auch Gas geben. So ein bisschen über die Fuse. Das hat man dreimal an der Zahl. Bird jetzt das Timing. Schießt jetzt nach hinten. Lenkt auf jeden Fall ab. Aber trotzdem ist es JDC mit einem Low HP. Er muss dazu durch jetzt sein Mate kommen. JDC regelt. Jetzt wird Shell Diffuse. Es sollte passen. Es sollte passen. 4 zu 1. Whew. 4 zu 1. 5 zu 1. Stattchen. 2. 2. 2. 2. 2. 3. Fall machen. Da hat man auf jeden Fall viel mehr Möglichkeiten. Vielleicht spielen sie es auch, aber hat es einfach nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung. So, trotzdem, dank der Plant, kauft man noch mal Loser-Bonus. Ist ja jetzt da bei den Tees. Vladan plus Bird sprayen durch Monster und treffen hier auf jeden Fall auf einen Terrorspieler, den sie rausnehmen. Die Granaten kommen geflogen, treffen aber diesmal niemanden. Vladan überlebt. Bird kriegt nur 5% Schaden. Also alles cool. Und nichts mehr passiert. Es geht wieder Richtung Spielplatz, Richtung Brunnen, Richtung Ballons. Die Tees sind unterwegs. Suchen natürlich jetzt händeringend irgendeinen CT-Spieler, den sie wieder rausnehmen können. Ich glaube, diesmal wird es sich sowieso nicht wiederholen lassen. Diesmal geht er wieder auf Langpiken, findet niemanden. Mal gucken, ob es genauso auch ausspielt oder lieber passiv jetzt hier steht. Er spielt. Aber ist ja auch richtig so. Man soll sich nicht beeinflussen. Jetzt hat der Step gehört. Einen Jump. Jetzt spielt er es genau gleich auf Kante. Und jetzt muss er noch den Frag ziehen. Den ersten hat er. Wichtig. Jetzt wird er Repeak. Den Schaden hat er auch da. Ich verschieße jetzt hier. Es sind natürlich Fescher da. Und da ist es. Was für eine Zerstörung. Die Tees. Gar keine Chance. Auf einmal kommt von unten einfach Fescher. Der kann reindrücken. Voller Fokus auf Syrson. Jetzt sauber genutzt. In Szene gesetzt. Beide Spieler. Schön gemacht. Führung weiter ausgebaut. Kein Plant. Und wir sehen es. Es geht in die Pistol Force. Für die Terrors. Wahrscheinlich damit ein schnelles. Schneller B-Go. Was meint ihr? Schneller B oder A-Go? Es scheint. Die Granate von Fescher könnte gut kommen. Trifft nur einen. Die Pistol. Macht gar keinen Schaden. Und Fescher einfach auch solide gerade wieder. Haut gut rein. Kriegt selber aber ganz schön viel Schaden am Ende. Zieht sich jetzt zurück. Aber zwei Spieler schon raus. B immer Atomik. Sieht so aus auf jeden Fall. Jedenfalls etwas komplizierter gelaufen. Aber es sieht aus wie der B-Spot. Und da warten halt Vladan und JDC. JDC im Support. Für die Smoke. Und Vladan checkt alles aus. Aber irgendwie ist halt Dings nicht. Short ist irgendwie nicht gedeckt. Bin nicht gespannt. Was sieht Vladan hier, was ich nicht sehe, meine Lieben? Kann man hiermit das erklären? Was sehe ich jetzt hier gerade nicht? Welche Spalt? Boah, was für eine Bolle, Alter. Die hat direkt das Gesicht reingeknallt. Herrlich. Aber sie war wahrscheinlich die Contour-Smoke. Jetzt ein schöner Schuss hier. Man erwischt den Bombenträger. Oh, gefährlich. Und die Tech-Nine macht zwar den Frack. Aber dann sind es die beiden Kollegen, Bird und Fescher. Und die Regeln. Vier überleben. Sechs zu eins. Mo, danke. Ich glaube auch, ich habe ja... Und bei 4 zu 3 könnte es sein, dass er vielleicht eventuell mehr sicht als ich... Ich weiß es nicht genau. Da links durch die Monster. Vladan-BBQ. Sehr statt. So, AKS wäre da. AWP da. Die Terrors sind wieder on fire. Sie sind wieder on fire. Aber Sirson auch. Duell gegen Roxty. Das nimmt er erst mal mit und holt damit den ersten Frack. Und jetzt geht Sirson ganz anders. Ganz anderen Weg. Das ist halt Rische. Plötzlich wird jetzt hier aggressiv gespielt. Fescher deckt ja diese Stelle ab. Aber das ist er halt. Es ist einfach so krass, wie aggressiv dieser Mann spielt. Vladan holt sich einen auch. Und Sirson mit dem nächsten Frack. Wir wechseln gerade auf die falschen Spieler. Aber genau das bringt es. Diesen Impact. Sirson spielt gefährlich mit seinen Gegnern. Es ist einfach immer wieder schön, diese AWP zuzuschauen. Wie er es einfach spielt. Luca, mein Lieber. Vielen, vielen Dank für deinen Prime Sub. So nebenbei gesagt. Dankeschön. Danke für den Support. Liebe geht raus. Vielen Dank. Ah, das ist wie so. Ah, der hat jetzt gehört. Jetzt hat er gehört. Ah, da verschießt die AWP. gegen Fescher zum Glück. Der kann sich wieder zurückziehen. Jeder Spieler ist wichtig. Wir haben immer noch nach dieser Runde noch vier Runden zu spielen. Das sind ja Runde acht. Und dadurch natürlich logischerweise auch Geld ist wichtig. CT-seitig ist es immer teuer. Jede Dollar-Scheinchen ist nice. Nice to have. Und bei 20 Sekunden, ich denke, da gibt es... Nee, safe. Oh nein. Das wäre so gut gekommen jetzt. Schade, Sirson. Und dann denkst du dir manchmal, er spielt so geil. Dann so eine Shots. Die trifft man dann in dem Moment nicht. Das wäre erst nochmal gekommen. Das wäre der E-Punkt gewesen. Die wir gebraucht hätten. Und guck mal, wie frech. Sirson vermutet, dass er da irgendwo lang steht. Wenn der sich jetzt nochmal zeigt, wäre es crazy. Aber der bleibt passiv. Oh, 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 oh. Oh, oh. Juhu. Luca. Halt mir beinahe an Orgasmus bekommen hier. Juhu. Bitter. Luca, kein Problem. Tich, da war es wieder so knapp. Endlich noch gefeiert, das Ding hier. Schade. Glück für den T-Spieler. Bro, ich bin auf Lautsprecher. Wieso hörst du auf Lautsprecher? Herrlich. I love you, man. Ganz schön viele Banks jetzt gegen Bladhan. Man hat nochmal reingeforst. Galilz dabei. Ey, komm, ey. Ey, was ist denn das? Ey, ganz ehrlich, in der heutigen Zeit ist doch dieses Fort komplett an los. Also, bitte, meine Freunde. Hätte ich jetzt hier vielleicht gestülte oder so? Ja, aber es ist doch... Bleiben sie mal ganz entspannt, die alle. Dann bin ich jetzt, wie geht's? Komm, wie geht's hier los? Ach ja. Zurück zum Kars. Wieder Ernsthaftigkeit durch Anlegen. Fescher holt sich einen. Jetzt aber der Refrag von Nevermind. Trotzdem, JDC ist ja da. Muss aufpassen. Fescher hat den auch in JDC. Fällt einfach. Aber Refrag sofort von Fescher hat man nämlich auf dem Schirm. Die AWP trifft ihn auch mal gut. Und jetzt wird's kritisch natürlich. Fescher im Duell gegen die AWP. Die Steps macht er. Und der ist einfach im Gesicht. 8-1. 10-1. Pistols schon wieder am Anschlag. Die Terrors, die versuchen natürlich Gas zu geben. Eine Granate. Schön. Fescher ist da. Natürlich überrennen sie die Hälfte. Oh, jetzt wird's gefährlich. Sie sollen nochmal gut Schaden bekommen. Zieht's zurück. Duell hier von Vladan. Der drückt hier auch nochmal ins Gesicht. So mit zwei angeschlagene Spieler auf jeden Fall auf Seiten der Tees. Die sich jetzt in der Rotation bewegen Richtung Base-Bots. Oh, aber Vladan sieht ihn hier im Winkel. Man nimmt ihn raus. Doppelflash, Vladan. Sprayt einfach rein. Der Gegner sieht halt nichts. JDC holt den anderen. 9-1. Die Halbzeit zum greifbaren Nah, sag ich jetzt mal, noch zwei Runden noch zu spielen. Wir hatten ein massiv starkes Ergebnis. Und man sieht einfach, dass doch der Gegner hier aktuell chancenlos ist. Im Vergleich zu vorher doch etwas einfacher. Oh, das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 geht's. Man kommt über Monster. Vladan. Keine Chance. Es könnte die Runde sein. Die zweite für die Tees. Außer JDC kann jetzt gut performen. Versucht jetzt neue Beute aufzusuchen und zu finden. Er sieht da jetzt irgendjemanden. Er sieht niemanden. Meriot den Nächsten. Jetzt ist es die Granate. Schade Nummer 1. Bombe geplantet. 3 gegen 4. JDC. Auch nochmal eine Molo reingeworfen. Die geht auch noch auf. JDC kriegt aber ins Gesicht. Und auch der gute Birdfeld Fescher am 1 gegen 3. Es ist die vorletzte Runde. Da kann man auf jeden Fall auch nochmal Gas geben. Und lass ihm versuchen den Klatsch zu bringen. Er geht rein, aber er hat keine Chance. Schöner Repeak von den Mates drüben bei Blue Lock. Und damit kriegt man hier seine zweite Runde verdient. Mit diesem konsequenten schnellen Go auf den B-Spot. Gute Notiz. Ey Frau! Hübel dich rum. Letzte Runde der ersten Halbzeit. Zero Sumination. Natürlich alles, was man braucht. Alles, was das Herz begehrt. Haben sie einfach. Der Zero Son auch mit dem ersten Frag direkt hier unten. Fescher sieht auch die Terror-Spiel. Die wieder mit der W-Taste durchrennen. Die Taktik wurde geändert. Man will einfach komplett Gas geben. Scheint besser zu laufen. Denken sie sich. Aber nun gut. Oh Fescher, jetzt komm. Nochmal so ein Jump-Peak. Und auch da gewinnt Fescher das Duell. Jetzt gibt es nochmal eine Molle. Versucht noch Utility rauszuwerfen. Kommt da vorbei an der Molle, wenn die spreadet. Er hat natürlich Angst, sich auf lang zu zeigen. Aber gut ausgespielt. Erstmal auf Zeit. Nicht weiter auf Contact gegangen. Drei Leute sind auf der Banane. Wir haben Suison da. Wir haben auch Burt da. Es gibt nochmal eine Flash. Jetzt bin ich gespannt. Suison. Anschuss Nummer 1. Diegel nimmt er an. Und Burt regelt mit ihm zusammen. Es ist nur noch ein Spiel. Es ist nur noch Jake im 1 gegen 5. Er muss hier extrem pöbeln. Passt ja. In dem Fall extrem klatschen. Er muss hier alle rausnehmen. Alle wegschießen. Mal gucken, ob er überhaupt einen mitnehmen kann. Nicht mit Suison. Diese Halbzeit ist richtig stark. Double Digits. 10 zu 2. Bei MR12, meine Lieben. Das tut weh. Fürs Gegner. Fürs Gegner Team. Jetzt der Seitenwechsel. Die Pistol Rounds ist natürlich auch essentiell. Für die CTs in dem Fall. Blue Lock. Keine Ahnung. Da muss alles kommen. Da muss einfach. Die müssen jeden Steilpass spielen, den sie spielen können. Ja. Und dann die Fallrückzieher. Und keine Ahnung. Elfmeter bekommen. Ein paar Fouls machen. Wie auch immer. Wie gesagt. Wer Blue Lock nicht kennt. Ist ein Anime aus dem letzten Jahr. Im Fußball. Im Shonen Prinzip. Die Protagonisten. Alles Fußballspieler. Alles Schwächere. Aber haben halt coole Fähigkeiten. Kann ich nur empfehlen. So. JDC. Bitte. Nimm mal ein. Zwei. JDC. Den dritten. Oh. Der letzte Schuss wäre es nochmal gewesen. Schade. Aber ne drei Spieler mit in den Tod. Das ist doch mal. Das was wir sehen wollen. Hier für Zero Zero Nation. Solide. Und dann geht es weiter Richtung Asport. Man gibt Gas. Kein CT mehr zu sehen. Wo ist die Nummer 7. Aka Marriott. Und Rock. Steaks. Der hier noch irgendwo chillt. Fächer wird ihn gleich sehen. Das hat mir ihn gesehen. Das weiß er Bescheid. Einfach Bombe planten. Marriott pusht durch die Smoke. Ganz freig. Oh. Gut gemacht. Wichtiger Call. Jetzt nimmt man die nicht raus. Was ist denn jetzt los? Zum Glück kommt Fächer Rocky. Aber trotzdem. Das ist nochmal kritisch. Fächer spielt hier ein bisschen. Bladan wird der Raum gemacht. Und da ist er. 11 zu 2. 11 zu 2. Ist es. Liked. Liked hier noch da? Oder hat er es ausgemacht? Ein falsches Wort. Direkt. Wischst du da. So. Ich denke aber. Das Ding sollte durch sein. Was meint ihr? Seht ihr noch ein Comeback für Blue Lock? Oder seid ihr auch der Meinung. Das Ding ist jetzt hier ganz da durch. Also ich sag hier. 13. 2. Macht man das Ding durch. Macht man es fertig. Ich glaube nicht. Dass der Gegner hier noch eine Chance hat. Da ist auch nichts gejinxt oder so. Das Ding ist einfach so. Man ist einfach so krass dominant. 13. 13. Was? Atomic. Ich will nichts singen. Nein. Das ist einfach zu armer, gläubig. Ja okay. Jetzt wird überrannt hier. Aber. Bei mir gibt es keinen Jinx-Alarm. Ich sag es wie es ist. Wagt mir den Fullback ab in der nächsten Runde. Ja das stimmt schon. Aber. Ich. Trust. Trust the science von Zero Zero Nation. So sieht es aus. Ja. Zero Zero kann jetzt nochmal Punkte machen hier. Gegen ein paar Spieler. Eins. Flash kommt rein. Oho. Scheiße. Aber hat er. Ich glaube es ist vorbei. Mein Lieben. Ich glaube es ist vorbei. Man hat keine AWP. Man hat keinen Diffuse Kit. Ist offenbar schon mal ein Nachteil. Utility ist eigentlich schon solide. Kann man mit arbeiten. Aber. Ohne AWP. Gegen diese 5 starken Jungs. Bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Also. Der Chat sagt es geht weiter. Man will die Jinx hin. Ich sage 13-2 Endergebnis. Ich muss auch irgendwann mal recht haben. Ich habe sonst immer auch ein Recht. Aber irgendwo muss ich recht haben. Kein echter Isagi auf jeden Fall. Du hast recht. Isagi der Hauptcharakter bei Blue Log. Also da. Es sind nur Faker. Da kann nichts gut sein. Da ist einfach. Da hast du recht. Wenn Isagi hier auf dem Server wäre. Dann hätten wir keine Chance. Dann würden wir 3 zillen. Wir würden dann. Umso länger wir gegen das Teamspiel würden wir hier auf Zeit verlieren. Jake mit dem ersten Frack. Jetzt sucht JDC Rockies. Und den holt sich. Den guten Rock Sticks. Erster Frack für ihn. Auf der anderen Seite Sözon. Schon sehr weit vorne. Das Timing. Perfekt. Das Timing. Rock. Und der Rocky soll ich schon. Sözon einfach mit dem schönen Double Frack. Den Assport erstmal klar gemacht. Jetzt wird es ganz schwierig. Sie müssen zu zweit irgendwie den Retag spielen. Gegen 4 0 0 Nation Lungs. Flatterhahn ist schon ready. Super eklige Position. Also meine Maus schon wieder. Krass ist sie. Ich weiß nicht, ob sie ihn face sind. Flattern 1. Und Flattern 2. Was habe ich gesagt, mein Lieben? GG. Well played. Wir beenden es. 13 zu 2. 13 zu 2. Glaubt mir doch. Glaubt mir doch einfach. Glaubt doch den Caster. Tudududu. So. Wenn die Maus einfach nicht mehr mitmacht. Was passiert weiter? Wie ich vermutet habe, meine Lieben. Es geht direkt weiter. Gegen PGE2ROW. Und das ist doch wieder ein stärkeres Team. Da bin ich sehr gespannt. In einem Best-of-One gegen dieses Team. Wir sind auch, glaube ich, Russen. Ich bin aber nicht 100% sicher. Müssten wir mal gucken. Gleich auf HLTV. Aber dazu dann mehr. Wenn wir jetzt gleich wieder zurück sind. Die sind auf jeden Fall, denke ich, schon bekannter. Und da müssen wir aufpassen. Also bis gleich. Zero Resumination gegen PGE2ROW. Und dann geht es ab hier in den Top 16. Und dann braucht man noch eine Runde. Dann ist mal weiter. Wenn wir noch eine Runde. Wenn wir die noch gewinnen, sind wir, glaube ich, im Best-of-3. Aber ich bin nicht 100% sicher. Also bis gleich. Ne, noch zwei Runden müssen wir gewinnen. Entschuldigung. Also noch zwei Best-of-Ons. Und dann geht es ins Best-of-3. Boah. Brutal. Bis gleich dann, ne? Meine Lieben. Bis gleich. Bleib dran. Auch du. Nein, lieber.